Hallo und herzlich willkommen zur Leuchtmasse, dem Uhrenpodcast mit Ralf. Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute sprechen wir über eine meiner Lieblingskomplikationen. Und zwar ist das die GMT-Funktion oder Komplikation. Wir sprechen ein bisschen über den Hintergrund. Warum heißt das GMT? Was steckt dahinter? Was ist jetzt mittlerweile der neue Standard? Und wie redet man oder was hat man da für verschiedene Einstellungsmöglichkeiten bei Uhren? Denn es gibt einige Uhren, die als echte GMT-Uhrern bezeichnet werden und manche, die als anders bezeichnet werden, also nicht echt. Und darauf gehen wir dann auch ein bisschen ein. Was ist eine Caller-GMT-Uhr? Was ist eine Traveller-GMT-Uhr? Und so weiter. Kommen wir erstmal auf den ganzen... Also ich habe das wieder mal relativ wenig gescriptet. Das heißt, ich habe so ein paar Bullet Points, ein paar Notizen mir gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie wir da durchkommen durch dieses Thema. Also erstmal eine GMT-Uhr kann eine zweite oder zum Teil auch sogar eine dritte Zeitzone anzeigen. Und wie machen GMT-Uhrern das? Okay, darüber sprechen wir ein bisschen später. Erstmal sprechen wir kurz drüber, was ist denn überhaupt GMT-Uhr? Wofür steht GMT? GMT steht für Greenwich Mean Time. Das heißt, das ist die Zeit, wo in Greenwich, wo der Null-Meridian durchgeht, durch die Welt. Wer ist der Null-Meridian in Greenwich? Damals, als Britannia noch die größte Weltmacht war, hatten wir gesagt, okay, Null, das ist hier in Greenwich. Und das wird jetzt die Basis für unsere Zeitanzeige. Alles basiert auf diesem Null-Meridian. Die Zeitzonen ändern sich dann von dort aus. Das ist also 12 Uhr mittags. Und das heißt also, alles von dort aus vor oder zurück ist dann plus oder minus eins oder zwei oder drei oder vier Stunden und so weiter. Das ist also die Greenwich Mean Time. Eigentlich wurde die schon 1972 ersetzt von der UTC. der Universal Time Coordinated, einer quasi der koordinierten Weltzeit auf Deutsch. Aber angelernte Angewohnheiten lassen sich schwer ablegen. Deswegen in der Uhrenwelt, obwohl es schon über 50 Jahre theoretisch UTC heißen sollte, hat man sich das anders überlegt und man benutzt immer noch das alte GMT. Mit der Ausnahme zum Beispiel von Sinn. Sinn-Uhren aus Deutschland, haha, die benutzen für ihre GMT-Uhren in Anführungszeichen den Monika UTC, also Universal Time Coordinated. Auch eine sehr interessante Herkunft, warum es Universal Time Coordinated heißt. Denn man hat sich damals, also 1972 hingesetzt und gesagt, okay, wir brauchen eine bessere Weltzeit-Ur. Denn die normale Universal Time richtet sich halt und folgt halt auch den Schwankungen der Erdrotation. Das heißt also, die UT, die Universal Time, die auch GMT ist, folgt den Schwankungen der Erdrotation, weil man halt immer darauf achtet, wo ist 12 Uhr direkt über Greenwich am Nullmeridian. Die Universal Time Coordinated, also UTC, macht das anders. Also das ist die koordinierte Weltzeit-Ur, nimmt das nicht in Berücksichtigung. Das heißt, wenn man theoretisch wirklich die GMT-Urzeit einstellt, kann es sein, dass man bis zu 0,9 Sekunden von der UTC abweicht. Wenn die UTC, also die echte Weltzeit-Ur quasi, die koordinierte Weltzeit, langsam reif, ganz langsam, die koordinierte Weltzeit, wenn die mehr als eine Sekunde abweicht von der Erdrotation, dann gibt es eine Schaltsekunde. Die gab es das letzte Mal, glaube ich, in 2016, wo man dann halt am 31.12. irgendwie eine Schaltsekunde, ich glaube, dazugefügt hat oder weggenommen hat. Ich glaube, dazugefügt, keine Ahnung, korrigiert mich, wenn es falsch ist, um dann halt wieder diese Zeiten aneinander anzugleichen. Aber im Extremfall kann es sein, dass halt UTC von GMT bei 0,9 Sekunden abweicht. Tada, wieder was Neues gelernt. Wusste ich vorher auch nicht, bevor ich hier ein bisschen mein Research gemacht habe. Also, ja, wieso nennt man das UTC? Das war, wie immer, ein kleines Sprachenproblem. Im Englischen hieß die Coordinated Universal Time CUT. Oder so hat man es genannt. Auf Französisch, die Abkürzung, würde sein Ton Universal Coordinaire oder sowas. Also, T-U-C. Und zwar hat man also C-U-T für die englische Schreibweise und T-U-C für die französische. Ja, jetzt will natürlich da niemand der Verlierer sein und sagen, okay, wir benutzen halt jetzt die englische Schreibweise. Oder, okay, wir benutzen die französische. Deswegen hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Ja, man stelle es sich vor, dass man einen Kompromiss genommen hat und zwar UTC. Was dann halt quasi die inoffizielle englische Form ist, die dann heißt Universal Time Coordinated. Das geht nicht so locker von der Zunge, wenn man das also ausspricht in den ganzen Worten, also Universal Time Coordinated. Aber na gut, das hat man sich, wie gesagt, man macht Kompromisse, damit man halt irgendwie alle ins Boot holt. Damit keiner der wirkliche Gewinner ist und damit alle glücklich sind. Ob wir jetzt alle damit glücklich sind, keine Ahnung, aber so heißt es jetzt. Also, wir haben jetzt die Zeit, also die mittlere Sommerzeit auf dem Meridian von Greenwich ist GMT oder auch UT, also Universal Time. Und dann hat man die Koordinierte Weltzeit, UTC und das ist halt die Weltzeit, die man dann mit den ganzen Zeitbehörden der Welt koordiniert. Da sind eine Menge Atomuhren zusammengeschaltet, die alle richtig sicherstellen, dass sie genau richtig gehen. UTC. Ja, und wofür benutzt man die UTC? Also, es ist ja so, dass wir haben ja, unser Tag hat ja so mehr oder weniger 24 Stunden. Ich habe das einmal auf einer, das letzte Mal, dass ich es wirklich verstanden habe, warum einige Uhren diese Komplikation haben, die man, die Equation of Time, die Zeitqualisierung, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, also die Equation of Time-Funktionalität haben, die dann also anzeigen, über das Jahr hinweg, wie viel eigentlich die Sonnenzeit schneller oder langsamer geht als unsere koordinierte Zeit. Und das kann durchaus, je nachdem, wo man auf der Welt ist, schon mal bis zu 15 Minuten schneller oder langsamer sein, wenn man denn auf eine Sonnenuhr schaut. Und da habe ich irgendwie, also einmal in Afrika, in Inyati, einen Sonnenuhr-Dial gesehen, also eine Sonnenuhr, und die hatte auch draufgeschrieben, das ist hier Sonnenuhr für diese Koordinaten eingestellt. Und hier ist die Equation of Time. Das heißt, in diesem Zeitrahmen, also in diesem Monat oder in diesen Wochen quasi, geht die Uhr um so viele Minuten vor oder nach. Habe ich auch noch nicht gewusst. Das heißt, also wenn man diese Equation of Time in Betracht zieht, dann sieht man dann auf der, kann man dann die Uhrzeit ablesen von der Sonnenuhr und dann halt nochmal plus oder minus die paar Minuten. Und dann weiß man wirklich, wie viel korrekt die Uhrzeit eigentlich ist. Weil die Sonnenzeit halt die Erde, die eiert halt durch die Gegend. Die ist halt leider nicht kontinuierlich gerade in ihrer Rotation, sondern die eiert halt ein bisschen. Ha, dumm gelaufen. Ist ja bald Ostern. Da gibt es wieder Eier sammeln. So, also, jetzt haben wir dann natürlich wieder eine Tangente genommen und sind wieder abgewichen vom Thema. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich mag GMT-Uhren. Wir haben eigentlich eine 24-Stunden-Anzeige in unseren Uhren, nicht in unseren Uhren, sorry, einen 24-Stunden-Tag. Wir haben aber unsere kleine 12-Stunden-Anzeige. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir quasi in unserer Uhr nur 12 Stunden anzeigen. Ja, und warum finde ich GMT-Uhren so schön? Weil die eben eine 24-Stunden-Anzeige haben, einen 24-Stunden-Zeiger auf dem Ziffernblatt. Und da sieht man dann halt, wie schön eigentlich ein gesamter Tag vorüber geht. Und deswegen mag ich diese GMT oder die 24-Stunden-Zeiger so gerne, weil er dann halt so, irgendwie hat man so diese romantische Anzeige, dass eine Umdrehung ist dann halt wirklich ein kompletter Tag. Die untere Hälfte des 24-Stunden-Zeigers ist so quasi die Tageszeit. Und dann hat man halt die obere Hälfte, die Nachtzeit quasi, so von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends quasi. Er ist tagsüber und dann von 6 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens ist halt die Nacht, die dunkle Anzeige. Finde ich halt schön. Aber naja, wie dem auch sei. Also, wie funktionieren GMT-Uhren? Die haben also anstelle von einem Stunden-Zeiger und einem Minuten-Zeiger noch eine dritte Stunden-Anzeige. Und zwar ist das normalerweise ein kleinerer Zeiger, dünnerer Zeiger, sagen wir es mal so, länger mit einem Pfeil dran oder mit anderen Anzeigen, der sich halt in 24 Stunden einmal um das gesamte Ziffernblatt herum bewegt. Wie auch bei der normalen Anzeige ist 0 Uhr oder 12 Uhr oben an der 12, quasi. Und der Zeiger bewegt sich dann halt einmal drumherum in 24 Stunden, bis er wieder oben anlangt. Das heißt, um 12 Uhr mittags ist der 24-Stunden-Zeiger auf der 6-Uhr-Position und dann um 12 Uhr nachts auf der 12-Uhr-Position. Wenn man ihn nicht anders eingestellt hat. Das heißt also, er zeigt dann also genau die 24-Stunden-Anzeige quasi an, die auch der, wie auch die normale Uhrzeit halt quasi ist. Allerdings nicht im 24-Stunden-Tag, sondern im 12-Stunden-Tag. Damit sieht man dann also auch, wo man am Tag ist. Wenn man jetzt gegebenenfalls in einem Land lebt, wo die Sonne nicht scheint, vorübergehend im Winter oder sowas, ganz weit oben im Norden, dann kann man darauf schauen, auf seine 24-Stunden, auf seine GMT-Uhr und sehen, aha, es ist ja eigentlich 6 Uhr morgens und nicht 6 Uhr abends. Ja, natürlich kann aber dieser Anzeige, dieser Zeiger, den kann man dann ja natürlich auch anders einstellen. Und zwar kommen wir jetzt auf die Funktionalität der Caller- und der Traveller-Uhren. Denn da ist es ja so, dass man, wenn man reist oder wenn man eine andere Zeitzone beobachten möchte, man seine Uhren anders einstellt. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle den 24-Stunden-Zeiger ein auf meine andere Zeitzone, die ich observieren möchte. Das nennt man in der Regel die Caller-GMT-Uhr. Das heißt also die Anrufer-GMT-Uhr. Das heißt, ich kann dann meine Uhr, je nachdem welches Werk drin ist, in der Regel kann ich dann, stelle ich den 24-Stunden-Zeiger ein. Oder ich stelle halt den Stunden-Zeiger ein. Also fangen wir erstmal mit der Caller-GMT an. Da geht es so, dass ich, wenn ich jetzt, das sind jetzt die meisten, die günstigeren Uhren, die haben in der Regel eine Caller-GMT-Funktion. Das heißt, der 24-Stunden-Zeiger ist der, den man einstellen kann, wenn man die Krone auf die erste Position herauszieht. In eine Richtung stellt man das Datum vor, auf der anderen Seite stellt man die 24-Stunden-Anzeige vor. Das heißt, man kann die einmal rumbewegen, das Datum wird dadurch nicht beeinflusst. Und man stellt dann halt den 24-Stunden-Zeiger ein. Unabhängig von der anderen Zeit. Die tickt weiter. So, das ist die Caller-GMT-Funktionalität. Wenn man dann auf die zweite Position die Krone rauszieht, dann stoppt man die gesamte Uhr und stellt dann, also mit Sekundenstopp, und stellt dann die Uhr inklusive der 24-Stunden-Anzeige dann weiter. Also da gehen alle Zeiger, bewegen sich dann quasi mit Ausnahme des Sekundenzeigers. Und man kann die dann einstellen. Bei einer Traveller-GMT-Uhr, wie zum Beispiel die Uhren von Rolex, Judah und anderen, auch die neueren Longines, Zulu-Time und so weiter, die haben eine sogenannte Traveller-GMT-Funktion. Dort, wenn die Krone auf die erste Position herausgezogen wird, stellt man nicht die normale Uhrzeit ein, sondern die lokale Uhrzeit. Man geht also davon aus, dass wenn ich jetzt irgendwo in einen anderen Ort fliege, oder reise, wie auch immer, wie man auch immer reisen mag, man muss ja nicht unbedingt fliegen, und dort eine andere Zeitzone gilt, dann nehme ich halt meine Uhr, ziehe die Krone raus auf die erste Position. Die Uhr hackt nicht, das heißt also der Sekundenzeiger wird nicht gestoppt. Das Einzige, was ich mit dieser dann anzeige, oder mit dieser Einstellung ändere, ist die Stunde. Die haben einen unabhängigen Stundenzeiger. Das heißt, ich kann damit also dann die Stundenhand vor- oder zurückstellen. Nicht die 24-Stunden-Anzeige, die bleibt, wo sie ist, denn das ist meine Heimatzeit. Was ich ändere, ist die lokale Zeit, also die, wo ich gerade bin. Das heißt, wenn ich also dort meine, wenn es, sagen wir mal, 11 Uhr abends ist, und ich stelle meine lokale Zeit auf 1 Uhr morgens ein, weil es dort zwei Stunden vorgeht, je nachdem, wo ich hingereist bin, dann stellt sich mit, wenn ich die Hand dann von 11 Uhr zweimal nach vorne klicke, das heißt, die ist dann auf der 1 Uhr Anzeige, auf der 1 Uhr morgens, damit ändert sich auch das Datum. Das ist auch sehr gut, denn das ist die lokale Zeit. Und da will ich ja wissen, welcher Tag ist. Ich will ja nicht wissen, welcher Tag es in der Heimatzone ist. Was ich aber weiß, ist, dass es in der Heimatzone, welche Uhrzeit es ist, natürlich durch den 24-Stunden-Zeiger und meine lokale Zeit natürlich auch. Das kann ich ablesen, die 24-Stunden-Anzeige. In der Regel, entweder ist das fest im Rehaut oder an der Lünette fest eingestellt oder ich habe eine drehbare Lünette, die 24-Stunden-Anzeige, die ich in der Regel nicht unidirektional, sondern bidirektional, da kann ich sogar noch diese Lünette vor- und zurückdrehen. Das heißt, theoretisch brauche ich gar nicht meine unabhängige Stunden-Anzeige. Ich könnte auch einfach die 24-Stunden-Anzeige vor- oder zurückdrehen, wenn ich denn eine Caller-Funktion habe, nicht die Traveller-Funktion. Dann nehme ich einfach die 24-Stunden-Zeige und drehe die Lünette entsprechend vor- oder zurück, um dann zu wissen, welche Uhrzeit es in einer anderen Zeitzone ist oder zu Hause. Gut. Der Vorteil dieser Caller, dieser Traveller-GMT-Uhr ist halt, dass ich einfach meine Lokalzeit einstellen kann. Ich brauche die Uhr nicht anhalten. Ich kann einfach nur diese Uhrzeit einstellen dort und sagen, okay, das ist jetzt halt meine lokale Zeit. Und sobald ich wieder zurückreise, kann ich die Uhr wieder zurückstellen. Und das Schöne an den meisten echten TMT-Uhrern ist, dass man auch, wie gesagt, das Datum mit verstellt und die Uhr auch wieder zurückstellen kann und nach vorne stellen kann, auch wenn man über die Datumsphase hier rüber geht. Das heißt, die Uhren können dann durchaus auch das Datum vor- oder zurücksetzen, ohne dass es dem Mechanismus gefährlich wird. Sehr, sehr angenehm. Nachteil, die meisten dieser Uhren haben natürlich eine unabhängige Stundenanzeige. Allerdings, wie man das ja, da man ja nur die Stunde einstellt, keine Halbstunden-Zeitzonen. Und da ja, ich glaube, 1,7 Milliarden Menschen mittlerweile in Zeitzonen haben, die auch eine halbe Stunde abweichen, zum Beispiel Indien, Afghanistan, dann ein paar australische Zeitzonen sind halbstündig und so weiter. Die kann man leider damit nicht messen. Das heißt, dann muss man dort halt auch die Lünette entsprechend drehen. Jetzt hat Rolex zum Beispiel sich überlegt, dass man aus irgendeinem Grund in der GMT-Master zum Beispiel jetzt eine 24-Stunden-Klick-Anzeige hat auf der Lünette. Das heißt, man kann die nur in 24 Stunden einklicken. Während man vorher, vor 1900, ich glaube, Mitte der 90er oder 2000er hat man es geändert. Da hatte man noch 48 Klicks. Das heißt, man konnte auch halb Stunden Zeitzonen damit abbilden. Das kann man bei allen Tudor-Modellen noch. Die machen alle noch 48 Klicks. Komischerweise die ganzen Black Bay GMTs. Leider, man hat Rolex gesagt, nö, wir ignorieren jetzt quasi ein Drittel der Weltbevölkerung und machen nur 24 Stunden Klicks. Komisch, komische Entscheidung. Verstehe ich nicht so ganz. Ein bisschen schade, aber na gut, dem sei es so drum. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen der Anzeige von Lokalzeit und Heimatzeit, wenn man denn diese verschiedenen Uhren hat. Also das heißt, zum Reisen eignet sich diese Traveller oder die echte GMT-Funktionalität ein bisschen besser, weil man dann einfach nur den Stundenzeiger vor- oder zurückdreht. Wenn man einfach nur eine zweite Zeitzone einstellen möchte, weil man zum Beispiel ein Projektteam hat, das auf verschiedenen Kontinenten ist oder in verschiedenen Ländern und man möchte auf einen Blick sehen, welche Uhrzeit die denn da haben oder wissen möchte, wenn ich meine Mama zu Hause anrufe, wie ist denn da, ist der Schläftsitz gerade, ist es Nacht oder Tag, dann kann ich das mit meiner 24-Stunden-Anzeige ganz gut selber machen. Mit dem Anzeiger da. Es gibt auch eine sehr schöne Uhr, die kontinuierlich 24-Stunden-Anzeige, das heißt, wo der Stundenzeiger einmal um 24 Stunden herum geht und dann natürlich auch die Stunden entsprechend eingestellt sind auf dem Siffernblatt und nicht 12 Stunden, sondern 24 Stunden. Ein Meistersinger macht das sehr, sehr oft und sehr gerne. Die haben diese 24-Stunden-Uhren, auch eine Einzeigeruhr, die 24 Stunden geht. Sehr, sehr interessante Sachen. Und jetzt letztens ist auch eine, na, letztens, vor ein paar, von, wie ist es, Monaten, Jahren, keine Ahnung, auf jeden Fall, nee, nee, nicht Jahren, vor ein paar Monaten kam aus, die neue Patek Philipp Kalatrava 5224R, die ich persönlich unfassbar schön finde, ist eine sehr, sehr schöne Uhr. Die hat eine 24-Stunden-Anzeige und zwar halt, und eine GMT-Anzeige, was auch super cool ist, zweite Zeitzone. Also sie hat, die hat einen Stundenzeiger, der geht halt in 24 Stunden einmal herum um die Uhr. Die hat auch eine schöne 24-Stunden-Ganzen-Indizes angezeigt. Der Minutenzeiger natürlich geht trotzdem noch einmal herum in 60 Minuten, ganz normal. Und die hat eine versteckte zweite Zeitzone. Das heißt also, der Stundenzeiger überlagert quasi einen skelettierten Stundenzeiger und den kann man halt dann herausdrehen und dann halt dann die Lokalzeit einstellen oder aber die Heimatzeitzone einstellen, je nachdem, welche das ist. Wie das jetzt bei Patek ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich höre zum Beispiel, dass die, ich eine Uhr habe, eine Mosa, die Dual-Time-Heritage, die hat zwar keinen 24-Stunden-Anzeiger, aber auch die versteckten zweite Zeitzone quasi. Sehr, sehr schön. Sieht man in der Regel nicht. Wenn man es will, ist sie da. Na ja, dann kommt der skelettierte Stundenzeiger raus. Den stellt man dann entsprechend ein und dann sieht man halt die verschiedenen Zeitzonen. Und dann, wenn man sie eingestellt hat, gehen sie halt mit dieser Verzögerung oder der Vorgabe um das Ziffern weit herum, um die 24 Stunden. Ja, und das finde ich halt, ist wie gesagt, sehr, sehr schön. Man hat halt dann so ein bisschen das Gefühl, so ähnlich wie das Zeigerdatum, so eine romantische Vorstellung von der, wie Zeit halt verrinnt. Das heißt so, wenn man das auf dem Ziffernblatt schaut und ein Zeigerdatum hat, das auch einmal, wenn es ums Ziffernblatt herum geht, 31 Tage vergehen, dann weiß man halt, wenn man auf dieses Zeigerdatum schaut, wenn es auf 6 Uhr ist, dann weiß man, okay, jetzt ist schon der halbe Monat rum. Das hat so eine etwas, eine visuelle, eine mehr visuelle Darstellung quasi des Monats, anstelle einfach nur zu sehen 15. Und da muss man halt wissen, dass der Tag 30 Tage hat, der Monat 30 Tage hat. Sicher wissen wir alle, aber es ist schöner, dass es, es hat, es ist mehr visuell. Also es ist einfach so, es hat etwas, wenn man sich dann auf diese Uhren und Zeiger verlassen kann und sieht, wie die Zeit verrinnt. Deswegen mag ich 24-Stunden-Uhren, weil man weiß, da ist ein gesamter Tag wieder vergangen. Ein Tag weniger, ein Tag mehr an Lebenserfahrung, ein Tag weniger an Lebenserwartung. Okay, da wollen wir jetzt nicht, nicht darüber reden. Ja, und deswegen ist das, finde ich das eine sehr romantische Art und Weise, wie man die Zeit anzeigen kann. Deswegen mag ich GMT-Uhren sehr gerne. Ich hatte mal eine Zeit lang viel zu viele GMT-Uhren in meiner Sammlung, wo ich gedacht habe, oh, anscheinend mag ich die GMT-Funktion so gerne, denn ich habe, ohne das zu wollen, mir so viele von diesen GMT-Uhren angehäuft quasi in meiner Sammlung. Jetzt sind es ein paar weniger, aber ja, ich mag sie trotzdem sehr, sehr gerne. Ich habe immer noch eine ganze Menge davon. Und natürlich haben fast alle Casio G-Shocks ja auch eine Weltzeit-Funktion, mit denen man verschiedene Uhrzeiten oder verschiedene Zeitzonen einstellen, anzeigen kann. Manche von diesen G-Shocks haben halt so eine kleine Anzeige, wo sie normalerweise das Datum anzeigen, oben rechts, wo man dann halt mit einer Weltzeit-Funktion zwei Zeitzonen einstellen kann. Das heißt, man sieht oben rechts, dann hat die Stelle von dem Datum die zweite Zeitzone und dann halt unten in der Hauptanzeige die lokale Zeitzone. Ja, also eine sehr, sehr nette Funktion. Und wie gesagt, Traveller und Caller-GMT-Funktion, oder Traveller, die echte GMT-Funktion mit dem unabhängigen Stundenzeiger und die Caller-GMT mit der 24-Stunden-Zeigereinstellung. Das sind diese beiden großen Unterschiede dort. Und natürlich die koordinierte Weltzeit verglichen mit der normalen Weltzeit. Wer hätte das gedacht, dass wir da fast eine Sekunde auseinanderlaufen können? Skandal. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir stellen ja auf einer normalen Uhrenanzeige, haben wir halt 12-Stunden-Anzeige. Das heißt, wir haben eine AM und PM, also Ante-Meridium, ein Posten-Meridium. Das heißt also Vormittag und Nachmittag. Das ist Latein. Das machen ja viele anders. Wir sagen ja hier bei uns, in Deutschland benutzen wir meistens halt die normale 24-Stunden-Anzeige, dass wir also 15 Uhr haben und 16 Uhr, aber auch 3 und 4 Uhr respektive sagen können, halt nachmittags. In englischsprachigen Ländern benutzt man oftmals, oder im Rest der Welt auch sehr viel, benutzt man halt AM und PM. 3 Uhr AM ist halt 3 Uhr nachts und 3 Uhr PM ist halt 3 Uhr nachmittags. Ja, was brauchen wir sonst noch, darfst du sagen? Ja, nö, das war es eigentlich. 24-Stunden-Anzeige benutzen, wir nennen viele Leute auch im angelsächsischen Raum, ich glaube, es nennen die, wie nennen die es? Military Time, ja, Military Time. Also das heißt also nicht nur NATO-Time oder Military Time oder Zulu-Time, halt die 24-Stunden-Anzeige, dass man sagt, es ist 23 Uhr anstelle von 11 Uhr PM. Naja. So, ich glaube, dann habe ich zu dem Thema GMT-Uhr-Analys gesagt. Ich mache das, zum Teil habe ich halt mit meinen Uhren zwei verschiedene Zeitzonen, die ich noch tracke, mit meinen Projekten, die ich habe. Wenn ich, also je nachdem, welche Zeitzone meine Kunden oder meine Kollegen sind, dann benutze ich gerne mal diese zwei Zeitzonen, damit ich genau weiß, hey, kann ich jetzt noch schnell anrufen, kann ich dem jetzt noch eine Nachricht schicken, kriege ich da noch eine Antwort oder ist es schon zu spät oder kann ich denen schon eine Message schicken oder ist es noch zu früh, je nachdem, wo auf der Welt sie denn sind. Deswegen benutze ich das sehr gerne. Ich mache das noch auf meiner Uhr, obwohl ich halt in, was weiß ich, meinem Outlook und sonst wo natürlich auch die ganzen Zeitzonen eingestellt habe und man sie dann auch auf einen Blick sehen kann, wenn man zum Beispiel Meetings plant oder sowas. Aber ich bin halt immer noch jemand, der sehr oft auf die Uhr schaut, also wirklich aufs Handgelenk schaut und dann ist das auch sehr nett, wenn man dann diese anderen Zeitzonen so schnell und leicht ablesen kann, finde ich jedenfalls. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool. Ich mag das halt gerne. Und in diesem Sinne, deswegen diese 5224R Calatrava von Patek Philippe, die finde ich wirklich toll, sieht auch sehr, sehr schick aus. Ja, irgendwann mal, also dieses rosé-goldene, rosé-goldene Gehäuse mit dieser schönen blauen Anzeige und diesen, nee, 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 ist schon toll. Schaut euch die mal an. Patek Philippe 5224R. Eine wunderschöne Uhr, finde ich. Aber wie gesagt, leider auch ein bisschen teuer. Aber die fände ich ganz schick. Die ist jetzt sehr schön. Die hat halt, wenn man sich das auf der Webseite anschaut, sieht man dann halt auch diesen versteckten zweiten Zeiger. Ja, Mikrorotoruhrwerk. Oh, wunderschön. Dem, ja, so sei es dann. Aber es gibt auch sehr viel günstigere GMT-1. Wie gesagt, G-Shocks als die günstigste Variante. Und natürlich auch einige von Longines und Hamilton und Tissot, die wunderschöne 24-Stunden-Anzeigen haben. Die Swatch-Gruppe hat jetzt ja auch einige ihrer neuen Uhrwerke oder die Powermatic 80 Uhrwerke mit GMT-Funktion versorgt. Oder aber auch das alte 2892 ein bisschen mit einer höheren Gangreserve versehen. Das heißt, man hat also die Caller- und die Traveller-GMT-Varianten mit höherer Gangreserve jetzt auch. Sehr, sehr nette Modernisierungen dieser alten Uhrwerke, die ja vorgenommen worden sind. Das heißt, wir sehen eine Menge dieser GMT-Uhrern aus verschiedenen Swatch-Gruppenmarken jetzt. Von Mido bis Hamilton und Rado und sonst wie die jetzt alle mit diesen neueren GMT-Funktionen auf den Markt kommen. Sehr, sehr gut. Finde ich schön. GMT. Die Welt braucht mehr GMT-Uhrern. Und ob wir das jetzt GMT nennen oder wie wir es ja eigentlich seit 1972 nennen sollten, UTC, egal. Wir wissen, was gemeint ist. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann berichte ich von meinem Urlaub und was ich dort so alles gesehen habe. Bis bald. Tschüss. Tschüss.